MV Digitur zu MZ. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ja, ich war vielleicht mal ein bisschen Digimon-Fan, aber nein, bin ich nicht mehr, schon lange nicht mehr und nein, ich war nie wirklich, 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 nie wirklich Digimon-Fan, aber okay, Spaß beiseite und diesmal wirklich. Gut, zum Thema, ich wurde, bevor der RPG Maker MZ rauskam, gefragt, ob man seine RPG Maker MV Projekte in den MZ übertragen kann und ich habe daraufhin gesagt, dass ich das testen werde, sobald der MZ draußen ist und das habe ich tatsächlich gestern gemacht und es hat erstaunlich gut funktioniert. Ich muss wirklich sagen, es hat erstaunlich gut funktioniert, aber mit Einschränkungen und das sollte eigentlich klar sein. Es gibt natürlich Einschränkungen, aber es geht erstaunlich gut, also ihr werdet das gleich sehen. Hier habt ihr mein RPG Maker MV Projekt, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist mein Tutorial Projekt für den MV, also mein Anfänger Tutorial Projekt. So, vielleicht kennt das der ein oder andere MV Nutzer und dieses wollen wir jetzt auf den RPG Maker MZ porten. Das ist relativ einfach, wie gesagt, als erstes starten wir mal den MV, äh MZ, Entschuldigung, und öffnen mal kurz ein Projekt oder erstellen ein neues, spielt keine Rolle, erstellt einfach ein neues. So, RPG Maker MZ, hier haben wir es, Tutorial, heißt auch Tutorial, umso besser und hier, das ist jetzt das Projekt für den MZ. Dann gehen wir hier auf Spiel, einfach auf Spielordner öffnen und haben hier unser Tutorial Projekt und hier bei dem Ordner hier haben wir ja das andere Tutorial Projekt. Beide heißen Tutorial, umso besser und let's go. Haben wir hier das MZ Projekt und hier das MV Projekt. Vom MV Projekt erstelle ich mal kurz eine Kopie, habe ich bereits gemacht, aber ich erstelle trotzdem nochmal eine Kopie, einfach, weil ich das möchte und haben hier Kopie 2. Da gehen wir rein oder gehen halt ins Original rein und behalten die Kopie, spielt ja auch keine Rolle, ich kann auch hier ins Original gehen und behalten die Kopie dann und bearbeiten das Original, spielt auch gar keine Rolle. So, was machen wir? Als allererstes können wir erstmal die RPG Maker schließen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht und können uns hier an die Ordner wagen. Also, ich kopiere einfach tatsächlich diese Projektdatei einfach nur hier rüber und schon kann ich das Ganze mit dem MZ öffnen und zack, bumm, schon habe ich den Zugriff auf die Daten vom MV, die sind komplett kompatibel, wie ihr seht. Ich kann hier ganz normal die Events öffnen und bearbeiten. Alles funktioniert soweit. Problem an der Sache ist aber, dass wir nicht auf die MZ-Funktion zugreifen können, weil natürlich der JavaScript noch der alte ist. Also müssen wir den JavaScript komplett austauschen und noch ein paar andere Dateien natürlich austauschen. Und das zeige ich euch jetzt. Als allererstes natürlich den JavaScript. Den löschen wir hier komplett raus und kopieren einfach den vom MZ-Projekt hier rein. Damit gehen natürlich auch alle Plugins verloren vom MV, aber das habe ich ja wie bereits gesagt, es gibt einige Einschränkungen. Uns gehen natürlich die Plugins vom MV verloren und das bedeutet für Projekte mit sehr vielen Plugins, auf die ihr angewiesen seid, diese Projekte könnt ihr natürlich nicht porten. Und das sollte klar sein. So, kommen wir weiter zum nächsten. Den JavaScript zu kopieren reicht nicht aus. Sage ich euch gleich, wie es ist. Wir kopieren auch noch die Index-Datei hier. Überschreiben. Dann CSS, Effects und Fonts. Die brauchen wir alle. Gut. Und dann brauchen wir auch noch eine weitere Datei von Images. Zumindest, soweit ich das gesehen habe, kann auch sein, dass man noch weitere Dateien braucht, aber wir brauchen Buttonset. Weil, das kann ich auch gleich mal zeigen, da haben wir nämlich ein kleines Problem. Das Buttonset enthält mehr Buttons im MZ als im MV. Und das würde dann dazu führen, dass das Spiel abstürzt. Demzufolge kopieren wir uns das hier hier rein, ersetzen das Ganze, fertig. Oder erstellen halt neue Buttons und machen das Ganze ein bisschen größer dann, die Datei. Weil, halt wenn wir die alten MV-Buttons verwenden wollen, müssen wir halt eine Datei mit diesen Maßen hier. Stopp. Na, warum will er das jetzt nicht? So, jetzt. Mit diesen Maßen hier machen. 528 mal 96 Pixel. Und müssen dann die zusätzlichen Buttons im MV-Style erstellen. So, dann können wir das Ganze starten. Und können auch schon loslegen. Und dann startet das. Wir haben hier das neue Menü. Sieht alles ein bisschen schicker aus. Und alles funktioniert hier. Zack, zack, zack. Können wir das ausmachen. Ich habe jetzt den Ton hier bei mir aus. Also, ihr hört da jetzt nichts. Also, nicht wundern. Touch UI an. Kann man natürlich auch auf aufstellen. Spielt keine Rolle für uns. Ich spiele gerade mit Maus. Gut, ich kann auch mit Tastatur spielen, wie ihr seht. Neues Spiel. Und wir können loslegen. Und alles funktioniert. Wir haben hier das Touch UI und die neuen Menüs. Und alles funktioniert. Wir haben auch das neue Kampfsystem. Und können direkt loslegen. Hier haben wir das neue Kampfsystem. Können natürlich das Kampfsystem dann auch auf... Wo haben wir es? Hier auf das Active Time Battle umstellen. Übernehmen. Okay. Speichern. Starten. Und fortsetzen. Fortsetzen. Ach, Autosave. Natürlich. Autosave gibt es natürlich auch im Set schon drin. Ich habe mich gerade gewundert. Ich habe doch gar nicht gespeichert. Aber Autosave. Logisch. Schleim ist aufgetaucht. Und dann haben wir hier auch das Active Time Battle System, wie ihr seht. und fertig. Gut. Das war es eigentlich soweit. Relativ fix ging das Ganze. Wie gesagt, hier einfach mal in 5 Minuten konnte ich mein komplettes Projekt porten. Kann hier auf die Eventliste zugreifen, etc. pp. Auf die ganzen Set-Funktionen und das mit meinem V-Projekt. Die Grafiken vom Set sind nicht komplett kompatibel. Das kann ich auch nochmal zeigen. Dann wird das ganze Projekt ein bisschen komisch aussehen. Falls ihr die Grafiken auch vom Set verwenden wollt, dann müsst ihr dann einiges umbasteln. Images. Bep, 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 bep. Wo haben wir es? Hier Tilesets. Überschreiben wir jetzt einfach mal die Tilesets. Ersetzen. Und dann werdet ihr gleich sehen, das wiederum funktioniert nicht. Weil dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und das ist dann natürlich komplett geschrottet. Hier, wie ihr seht, das ist, da müsst ihr einiges neu mappen. Das funktioniert nicht, aber so gar nicht. Aber, ihr seht, wenn ihr die alten Grafiken behalten wollt, und ich denke mal, das werdet ihr auch wollen, wenn ihr ein MV-Projekt importiert in den MZ, dann ist das eigentlich kein Problem. Also einfach Tilesets wieder zurückgehen in den Images. Genau hier. Zack. Wieder überschreiben. Und dann funktioniert alles einwandfrei. Und ihr habt sogar die schönen MV-Grafiken, die ich sowieso besser finde als die vom MZ. Aber, pssst, will ich jetzt mal nicht gesagt haben. Okay. Okay, das war es soweit von mir. Ich finde es eigentlich relativ cool, dass man das so relativ leicht verwenden kann. Und man kann natürlich dann auch alles Mögliche verändern, machen, wie man das möchte. Also, ihr habt dann alle MZ-Funktionen zur Verfügung. Ihr habt auch den neuen Charakter-Editor hier. Also, es ist alles da, wie ihr das braucht. Gesichtsmerkmale habe ich gerade gar nichts aktiviert. Egal. Hier, wo haben wir die Augen? Hier zum Beispiel die Augen. Dann kann ich die verschieben. Und die ganzen Funktionen aus dem MZ haben wir dann zu speichern. Fertig. Das war es. Mehr ist es einfach nicht. Wie gesagt, ein Problem ist halt einfach, dass die Plugins dann weg sind. Ihr braucht neue Plugins. Ich denke mal, dass viele Plugins zurückkommen werden. Relativ schnell, relativ natürlich. Aber ich wäre mir da nicht sicher, ob alles zurückkommt. Hm. Muss man halt sehen. Aber im Großen und Ganzen, coole Sache. Funktioniert recht flott, fix, ohne Probleme. Ihr habt es gesehen. Fünf Minuten war das. Also, und dann war das komplette Projekt einfach in den MZ importiert. Und das ist wirklich keine Arbeit. Das geht richtig, richtig, richtig flott. Okay. Tschüssli.